hey leute willkommen zu dem neuen gaming award 2013 ist das zweite video was ich darüber mache schon im ersten video habe ich bekannt gegeben dass ich ja mitmache und war selbst sehr überrascht weil ich es nicht wusste und jetzt ist das zweite video und die gaming awards 2013 gehen nur noch bis ende august das heißt heute mit dem 25 es gibt noch knappe fünfe und halb tage und ihr könnt ihr voten für mich ich blende jetzt noch mal die seite ein okay das ist jetzt meine kanalseite aber hier link und alles mögliche steht in der beschreibung und der sprint setzt sich auch zum ende ja okay sein ist der lauf seit diesem ende und jetzt die letzten paar meter sprinten durch und das heißt noch mal fett zu worten leute falls ihr wollt dass ich natürlich gewinne was hat echte hammer wäre das war ein extremer schub für uns also nicht nur für mich ein generell für die seite und dass wir hier möglichst weit auch kommen wieder auf das alte format und letztes jahr okay eigentlich dieses jahr aufzustoßen und den kanal ganz groß mit euch zu werden und ganz ganz viele neue spiele wie die next gen spiele also konsolenspiele alles mögliche den kanal zu bringen um möglichst viele leute hier beizurufen auf den kanal und er landet auch kein video schweiz revolution teil 77 kommt heute abend 18 uhr 25 25 genau 18 uhr 25 ja 18 uhr haben 25 leute ja auf jeden fall maus hat sich der kanal ziemlich gut wollte ich noch mal so gehen schon 279 abonnenten steigt schon täglich das ist wunderbar leute und erachten tausende aufrufe ist auch nicht ganz okay ich muss sagen dass mm genau das mit loswerden dass ich mit meinem alten kanal nicht so schnell vorangekommen bin weil ich weiß nicht wie kann man das genau wo ich weniger also wo ich mehr videos hochgeladen habe auf meinem einen kanal und fast dieselben videos gehabt habe okay ich hatte eine äh es ist es derzeit ich eine saints row immer noch ein twides hd hatte ich da auch und trotzdem war das nicht so aber er macht da echt gute arbeit die kommentare kommen wirklich täglich die leute ist echt krass dann die aufrufe auch sehr sehr gut die ganzen lights hier alles um einiges besser wie früher also nur ein kompliment an euch das ist einfach hammer natürlich weise kann sich das alle steigern aber so bis jetzt ist es vollkommen ausreichend und ich hoffe ihr macht weiter so dafür gibt es dann auch irgendwann auch eine entschädigung ist ja klar dass ihre große arbeit leistet hoffentlich demnächst also ich weiß nicht genau wann ich das eintreten kann eine nette verlosung mit spielen ich habe das jetzt auch gerade eins in hand ein pc spiel ok es ist relativ unbekannt auch aber ich finde es einer der von der story mäßig hier einer der geilsten wurde vom pc gamer mit 80 prozent bewertet geht eigentlich von gamesports ok als platz nummer drei der most wanted charts der gamescom 2009 ok es ist halt schon relativ alt aber immer noch sehr gut finde ich und dann noch ein paar andere was ab und gutscheine und so weiter und weiter alles schön verlost von mir und ja das war es jetzt vorerst und wir sehen uns in den videos also leute votet schön macht was ihr könnt und haut rein